Das Problem mit Tagesschau in einfacher Sprache. Also, Video von Holger Kreimeyer zu diesem neuen Format, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, habe ich ja auch einmal darauf reagiert, ist ganz funny, wenn man sich das so ironisch anschaut. Ich denke prinzipiell schon sinnvoll, dass man so ein Angebot schafft, gerade dass sich dann Leute, die vielleicht einerseits nicht so gut Deutsch sprechen, andererseits vielleicht irgendwelche Sprachbarrieren haben, ob das jetzt irgendwie Behinderungen sind, was auch immer, kognitiver Natur, dass man die dann eben da abholt und mit vernünftigen Informationen versorgt, dass die sich dann nicht irgendwie ihre Nachrichten bei TikTok holen oder so, wenn die auch wirklich vernünftig wären und nicht alles so unfassbar vereinfacht wäre. Das Problem ist halt, du hast einerseits natürlich das Ding, dass du die Leute nicht abholst, wenn du alles sehr kompliziert erklärst, aber andererseits kannst du manche Sachen auch einfach nicht in drei vollen Sätzen erklären, die sich nicht irgendwie tief aufeinander beziehen dürfen oder so. Dementsprechend hast du natürlich auf der einen Seite eine Information damit vermittelt, aber auf der anderen Seite auch so grob vereinfacht, dass es halt letztendlich immer irgendwie falsch ist. So, das wäre erstmal mein Take dazu, aber jetzt schauen wir mal rein, was Holger dazu sagt. Über die Tagesschau in einfacher Sprache habe ich ja in der vergangenen Woche schon kurz was gesagt und es ist mir ein Bedürfnis, dass du noch mal ein paar Gedanken zu äußern. Ich meine, grundsätzlich ist es okay, dass man versucht, Nachrichten möglichst leicht und verständlich rüberzubringen. Genau, weil halt einerseits vielleicht für Jugendliche, Heranwachsende, Kinder und so weiter oder wie gesagt Menschen mit allen möglichen Sprachbarrieren, vor allem um zu verhindern, dass sie sich ihre Nachrichten irgendwie bei TikTok oder irgendwelchen unseriösen Quellen da abholen. Und da gibt es ja auch zum Beispiel Logo im Kinderkanal, wo Nachrichten für Kinder eben aufbereitet werden. Ist auch nicht immer perfekt gelungen, aber es ist völlig okay, dass es das gibt. Ja und hier ist nur interessant, dass die Tagesschau nämlich mitteilte, an wen sich alles denn diese Nachrichten in leichter Sprache widmen sollen. Zum Beispiel an Legastheniker und an Menschen, die einen harten Arbeitstag hatten und sich auf einfache Weise informieren wollen. Okay, was für einen Arbeitstag müsstet ihr haben, damit ihr das anschauen würdet? Boah, ich glaube, wenn ich schon vorher einen harten Arbeitstag vor mir hatte und mir das dann auch geben muss, dann wäre ich aber auch gänzlich durch. Also das könnte ich mir nicht antun nach einem harten Arbeitstag noch. Das würde mich dann gänzlich fertig machen. Also sorry, das finde ich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Zumal der Bundesverband der Legastheniker das auch sofort zurückgewiesen hat. Vor allem Legastheniker können die nicht Sprache verstehen, also haben die da auch Probleme im Durchschnitt? Also klar wird wahrscheinlich manche auch geben, die ein Problem mit gesprochener Sprache haben, aber ist es prinzipiell nicht eher aufs Lesen bezogen? Und zwar völlig zu Recht. Denn jemand, der nicht richtig lesen und nicht richtig schreiben kann, der kann deswegen ja trotzdem normal Fernsehnachrichten gucken. Der ist ja nicht zu blöd, den Fernsehnachrichten zu folgen. Das ist ja eine völlig andere Ebene und das ist völlig am Ziel vorbei. Und andererseits habe ich natürlich, also wenn wir jetzt nochmal drüber nachdenken, könnte es natürlich auch ein Problem sein, dass man Sachen so weit vereinfacht, dass sich Menschen auch gar nicht mehr fortbilden. Also natürlich ist das okay, wenn Leute irgendwie gerade am Anfang stehen, die Sprache zu lernen oder wenn Leute, ja jetzt keine Ahnung, irgendwie halt eine Sprachbarriere haben. Aber wenn das einfach für normale Leute ist, die sich so wenig anstrengen wollen und dann das lieber anschauen und sich dementsprechend dann auch überhaupt nicht weiterbilden und überhaupt nicht, ja quasi die Anstrengung unternehmen, sich da zu verbessern, wäre das ja eher negativ. Also muss man auch schauen, wie da quasi dann, ob das quasi ein Risiko ist, dass man das Angebot immer niedrigschwelliger macht und die Menschen somit sich auch nicht mehr fortbilden, sondern dann auf dem Level bleiben. Ja, was bleibt denn also noch als Zielgruppe? Behinderte Menschen und Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen können. Naja, aber sorry, auch die Letzteren, die Migranten zum Beispiel, die nicht so gut Deutsch sprechen können, die sind ja auch normal im Kopf und die wollen ja auch umfangreicher informiert werden. Das reicht denen ja auch nicht, solche Nachrichten zu lesen. Vielleicht höchstens um deutsche Sprache zu lernen, aber nicht um sich zu informieren. Und es gibt ja genug Möglichkeiten heutzutage, entweder dass man übers Internet in seiner eigenen Sprache Nachrichten liest oder dass man eben sie simultan gleich übersetzen lässt mit KIs. Das ist ja alles möglich. Also im Grunde bleibt eigentlich nur noch die Zielgruppe behinderte Menschen. Aber die Frage ist ja auch hier, was bringt denn eine Nachricht, wenn sie so entkernt ist und heruntergebrochen ist, dass sie eigentlich keinen Inhalt mehr hat? Und nun zur nächsten Nachricht. Mannheim. Trauerfeier für toten Polizisten. Vor zwei Wochen hat ein Mann einen Polizisten getötet. Das war in der Stadt Mannheim. Das hast du gerade schon mal gesagt. Das Wiederholen macht es extra nur komplizierter. Der Mann hat den Polizisten mit einem Messer angegriffen. Viele Menschen in Deutschland finden das sehr schlimm. Ich meine, du hättest ja wenigstens dazu sagen können, dass es ein islamistischer Angriff war. Der Polizist war 29 Jahre alt. In der Stadt Mannheim gab es eine Trauerfeier für den toten Polizisten. Das dritte Mal Mannheim. Dazu zeigen wir jetzt einen kurzen Film. Durch die Stadt Mannheim sind viele Polizisten gegangen. Das vierte Mal Mannheim. Sogar Polizisten aus dem Ausland sind gekommen. Bei der Trauerfeier waren auch viele Kollegen von dem toten Polizisten. Und auch einige Politiker. Und auch in der Stadt Mannheim haben viele Menschen... Das fünfte Mal Mannheim. ...gezeigt. Wir sind traurig und denken an die Familie von dem toten Polizisten. Das war, glaube ich, in Mannheim. Und nun zur nächsten Nachricht. Viele Menschen finden das ganz schlimm. Ja, aha. Und warum nicht alle? Und was war das Motiv des Täters? Also der... Ja, vor allem viele Menschen. Nee, andere Menschen finden es eigentlich ganz okay. Ein paar feiern es auch. Also es ist legit leider so. Ähm. Ähnlich ja auch beim Attentat auf Trump. Aber... Was ist das? Viele Menschen finden das ganz schlimm. Ganz dolle schlimm finden das manche. Mann kam ja aus Afghanistan. Wird auch nicht erwähnt. Es gab mehrere Verletzte. Wird alles weggelassen. Es geht nur um den getöteten Polizisten. Und dass er mit einem Messer tödlich verletzt wurde. Was soll... Ja, weil die Trauerfeier ist ja auch legit nicht so interessant, oder? Also klar, es ist natürlich wichtig, dass da... Dass darum... Ja, dass darüber auch berichtet wird. Dass das Thema groß gemacht wird. Auch damit. Aber die Trauerfeier ist jetzt wirklich nicht die wichtigste Information, die man dazu bräuchte, oder? Ich würde behaupten, da gibt es relevantere Infos, die man zusammenfassen sollte. Natürlich, der... Der ist Attentat, das ist nicht passiert. Da... Also, als das Attentat passiert ist, gab es die Tage schon einfache Sprache, soweit ich weiß, noch nicht. Aber... Trotzdem, wenn man dann schon einen Bericht darüber macht, dann nicht nur über die Trauerfeier sprechen. Das ist halt... ...woll diese Meldung dann bringen, ohne jeglichen Hintergrund. Also, natürlich muss man das herunterbrechen auf einfache Formeln. Aber es ist trotzdem ja wichtig, zumindest ein bisschen Hintergrund mitzuliefern. Bei dieser Meldung hier zum Beispiel klappt das besser. Und nun zur nächsten Nachricht. Schulen, Aktionen gegen Hass auf Juden. Vor vielen Jahren haben in Deutschland die Nazis regiert. Die Nazis haben viele Juden getötet. Die Juden hatten deshalb große Angst. Und viele Juden haben sich... Ja, die haben viele getötet. Die Juden hatten deshalb große Angst. Warum nur? Äh... Also, die Juden hatten dann komplett random halt plötzlich große Angst. Kann man sich nicht erklären. Vor den Nazis versteckt. Ein jüdisches Mädchen hat im Versteck Gedanken aufgeschrieben. Der Name von den Mädchen war Anne Frank. Die Nazis haben das Versteck von Anne Frank gefunden. Die Nazis haben Anne Frank getötet. Das Buch mit den Gedanken von Anne Frank ist bekannt auf der ganzen Welt. Viele Schüler lesen das Buch in der Schule. Deshalb machen viele Schulen Aktionen. Die Schulen sagen damit, es soll keinen Hass mehr auf Juden geben. Dazu zeigen wir jetzt einen Film. Die Schüler haben Fotos von sich gemacht. Aus den Fotos haben die Schüler mit dem Computer das Bild von Anne Frank gemacht. Äh, wie funktioniert das? Ah, okay, die anderen einfach ein bisschen dumm verbelicht. Die Schüler zeigen damit, wir verstehen Anne Frank. Anne Frank war im gleichen Alter wie wir. Die Schüler sagen deshalb auch, was mit Anne Frank passiert ist, das darf nie wieder passieren. Ja, guck nach Israel. Und dann gibt es noch Leute, die das verteidigen. Anne Frank war Jüdin. Deshalb haben die Nazis Anne Frank getötet. Die Schüler wollen wissen, was können wir machen, damit sowas in Zukunft nicht wieder passiert. Was können wir gegen Hass auf Juden machen? Diese Frau antwortet. Diese Frau wollten die Nazis... Vielleicht mal die Hamas und Islamismus bekämpfen? So, wäre ein ganz guter Anfangsschritt, würde ich behaupten. Nazis auch töten. Die Frau sagt, es ist wichtig, keine Vorurteile zu haben. Vorurteil bedeutet, ohne Grund schlecht über andere denken. Die Frau sagt auch, ohne Vorurteile gibt es weniger Hass unter den Menschen. Anne Frank wurde nur 15 Jahre alt. Ich habe die Nachricht von Marie gelesen. Ja, ja, klar. Es ist halt nur, es ist halt in einem gewissen Maße lustig, wenn das so wiedergegeben wird. Klar, ich habe ja auch gesagt, ich halte das Konzept nicht für prinzipiell schlecht. Es ist halt alles ein bisschen weird vorgetragen für mich und wahrscheinlich auch für viele von euch. Also ich denke mal für alle von euch. Franks Geburtstag machen viele Schulen in Deutschland Aktionen gegen Hass auf Juden. So, da hat man auch Hintergrund mitgeliefert. Wer war Anne Frank, warum ist sie gestorben? So, da hat man das alles gut erklärt. Das ist für mich dann runder. Aber diese Mannheim-Meldung, naja, wahrscheinlich möchte man... Ja, würde ich auch sagen, war deutlich besser. ...man verhindert, dass geistig Behinderte auch noch die AfD wählen. Das würde gerade noch fehlen. Aber dann soll man die Meldung eben ganz weglassen und das gar nicht berichten. Zum Thema AfD dann auch noch diese Meldung hier. Politik. Protest gegen AfD. In Deutschland gibt es mehrere Parteien. Die Parteien wollen Politik machen für die Menschen in Deutschland. Die AfD ist auch eine Partei. Ja gut, das würde ich jetzt tatsächlich nicht für so eine wichtige Information halten, um ehrlich zu sein. Eine wichtige Behörde in Deutschland sagt, einige Politiker von der Partei AfD sind rechtsextrem. Rechtsextreme sagen zum Beispiel, Ausländer sind weniger wert als Deutsche. Rechtsextreme sagen... Okay, man geht auch nicht prinzipiell gegen rechts. Das ist eigentlich sogar schon relativ gut, oder? Manchmal auch. Menschen mit Behinderung sind weniger wert. Viele Menschen sagen, die Partei AfD kann deshalb gefährlich sein für Deutschland. Ich würde gar nicht sagen, dass das jetzt so hardframed war. Ich würde sagen, das war sogar verhältnismäßig fair. Ich würde sogar behaupten, fairer als es teilweise in den normalen Nachrichten und im normalen TV-Programm ist, oder? Also ich würde sagen, für die Öffentlich-Rechtlichen überdurchschnittlich. Und die Vereine sagen deshalb, die Partei AfD soll verboten werden. Auch dieser Mann hat das gesagt. Dieser Mann heißt Schneider. Schneider ist der Chef von einem Verband. Der Satzbau klingt halt einfach weird. Ein Verband ist wie ein großer Verein. Der Verband von Schneider heißt Paritätischer Wohlfahrtsverband. Der Verein kümmert sich um Menschen. Die Menschen brauchen Hilfe. Schneider sagt, viele Menschen haben Angst vor der Partei AfD. Zum Beispiel Geflüchtete und auch homosexuelle Menschen. Schneider sagt, auch Menschen mit Behinderung haben Angst vor der AfD. Schneider sagt, einige Politiker von der AfD wollen nämlich keine Inklusion mehr. Inklusion heißt, alle Menschen leben, lernen und arbeiten zusammen. Gut, aber an der Stelle haben die meisten schon abgeschalten, weil hier das Bild sich nicht geändert hat. Also Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung. Schneider sagt, einige Politiker von der AfD wollen Menschen mit Behinderung aber nicht mehr helfen. Deshalb sagt Schneider, die... Ich meine, Sie machen hier vielleicht einen Trick, um quasi die Verantwortung ein bisschen von sich wegzuschieben, dass Sie immer sagen, Schneider sagt. Partei AfD soll verboten werden. Tja, also das geht für mich denn wiederum weit über eine einfache Meldung hinaus. Das ist Meinungsjournalismus, der hier betrieben wird. Dann müsste man zumindest auch jemanden von der AfD... Ja, also jetzt hat man halt... Ja gut, ich würde sagen, man hat es sich halt relativ einfach gemacht, indem man immer gesagt hat, ja, Schneider sagt das. Ist natürlich nicht das, was wir sagen, sondern das ist das, was dieser Schneider da sagt. Die AfD zu Wort kommen, denn die würden das wahrscheinlich bestreiten, was dort gerade formuliert wurde. Also das ist Indoktrination, anders kann man das ja nicht nennen. Gerade erst recht, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel verkürzt eben diese Meldung über die Trauerfeier in Mannheim war. Finde ich sehr schwierig. Wie heißt der? Ich glaube, Schneider hieß er. Ich kann es mir aber nicht so gut merken. Es wollen beeinträchtigte Menschen einfach auch die Kindernachrichten in Logo gucken. Ich glaube, da haben sie einfach mehr davon. Also den Kindern, im Kinderkanal wird zumindest mehr Hintergrund geboten, als hier den Menschen in diesen einfachen Nachrichten. Wollt ihr mehr Mediathe... Ja, guter Beitrag. Ich stimme zu. Das Problem an der Tagesordnung einfacher Sprache sehe ich halt auch hauptsächlich, dass es zu verkürzt ist und damit die Meldungen eigentlich quasi falsch sind, weil man es eben nicht korrekt so kurz wiedergeben kann. Naja, schreibt mir eure Meinung zum Thema gerne mal in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch meine Reaction hier gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und wir sehen uns dann wieder.